Der Akku war leer, ich muss die Gehladen. Warum schädet immer Michel? Immer alle drei? Und die Fünf? Und die Fünf? Nervig, ne? Ja, also. So, da geht's. Ja, dass wir erst nach einem Jahr verraten, dass er Michel Sport früher kennt aus der Schule. Nach einem Jahr? War das ja noch länger. Zwei Jahre war das ja. Was ist denn unruhlich passiert? Was sieht der ja auch noch hier? Geh mal! Geh, 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 geh! Alles gut, Herr Schatz, gut! Der Top! Hallo! Rot! Und Rot, Alter! 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 Und Rot! Boah! Jawoll! Komm, Bonny, hier drüben mitmachen. Jetzt andere Seite! Ecke! Das lässt sich dann ab, Alter. Jaaaa! Oh, komm! Was ist jetzt? Hey! Jetzt haben sie uns kribbelt hinten. Ja, Mann! Ganz mal hoch! Ich bin nicht! 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 Richtig! Eben! An die Bote! Nico! War richtig! Schön laut! Hör mal rein! Hör mal rein! Hör mal rein! Hör mal rein! Wieder, wieder! Hör mal rein! 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 Einen Übergang! Wer kommt zu Bach? Einen Frieden! Dann muss er ja hin! Ja, schade. Die sich ist, die sich ist verholt unterwegs. Es ist egal, er will ja die Stelle finden. Er will ja die gleiche Stelle haben. Willi, zieh dich mal raus! Super! Super! Jetzt Fußball gespielt! Ja! Super! Ich hab schon ganz schön angefangen. Wir machen jetzt noch das letzte Mal. Und dann fangen wir an am 21. oder 22. Januar. Flach, scharf! Nee, der lässt ihn prallen! Spekulieren da! Mensch Willi, Junge! Warte, ich muss erst das Tor draufhangen. Da ist das Tor! Ja, hol doch mal ihn raus! Und weg damit! Jawohl! Jawohl! Jetzt sehen wir sie hinten aus, oder? Schönen wir aufhelfen! Ey, der ist ja breit wie hoch! Wie liegt's jetzt? Keine 9 Meter da! Äh, Juri, ich hab keinen 9 Meter! Jawohl! Jawohl! Abwaffs! Wie geht's denn jetzt?! So! Wie geht's! Ja! Gegant! Hier noch mal verschieben, Rolf, Mittelfeld, an die Boote. Mit Jan, mit Jan. Jawohl. Das ist jetzt eine schöne Flanke.